Lohnt sich das ganze Thema Amazon KDP, also Bücher auf Amazon veröffentlichen, heute noch? Ich habe dazu einen sehr spannenden Interviewpartner gefunden. Roland, er ist in Österreich eigentlich Vollzeitlehrer gewesen, heute macht das noch in Teilzeit. Nebenher hat er aber jetzt über die Jahre 500.000 Euro Tantiemen aus seinen Buchverkäufen erhalten auf Amazon. Was sich heute noch lohnt, wie er heute auch nochmal starten würde und warum für ihn das auch immer noch ein sehr lukratives Business ist, auch für Neulinge zum Starten. Das erklärt er uns in einem sehr interessanten Interview, wie ich finde. Viel Spaß. Herzlich willkommen Roland, freut mich sehr für deine Zeit aus Linz in Österreich. Herzlich willkommen. Hallo Florian, grüß dich, freut mich sehr. Wir reden heute über Merch bei Amazon und KDP, also Bücher und andere Produkte. Gleich mal als Hook über 300.000 Euro Merch bei Amazon Tantiemen, über 500.000 Euro KDP Tantiemen, über 70 veröffentlichte Bücher. Wie ist denn dein Lebensweg? Du hast eigentlich als Vollzeitlehrer gestartet und hast dann nach und nach quasi das auf Teilzeitjob reduziert. Wie kam es bei dir so zu dem Thema und wie ist dein heutiges Setting? Ja, ganz genau. Also ich habe als Lehrer begonnen vor sicher schon acht Jahren. Habe dann einfach bemerkt in den Sommerferien, wir haben in Österreich neun Wochen Sommerferien und meine ganzen Freunde haben weniger Urlaub, nur vier bis fünf Wochen. Und irgendwie wurde mir langweilig und dann habe ich mich irgendwie im Internet einmal recherchiert, okay, wie kann man online Geld verdienen? Und da bin ich irgendwie auf dieses MBA-Business gekommen oder auf das T-Shirt-Business, das war mein Eintritt ins E-Commerce damals. Da habe ich erkannt, okay, ich kann selber in Photoshop oder in diversen Programmen einfach T-Shirts designen, genau, und diese hochladen. Und wenn es sich verkauft, dann bekommt man Royalties, also man bekommt einfach Tantiemen. Ich bin mit sehr geringen Erwartungen reingegangen da und habe aber schnell gemerkt, es verkauft sich wirklich, ja. Also meine Produkte verkaufen sich und das war dann der Punkt, wo ich... Was hast du... Ja, ich grätsche immer gleich rein, wenn es mich interessiert, aber was... Weil das ist für viele Leute auch so die Frage, ja, okay, und was soll ich dann machen? Also was waren so deine ersten T-Shirt-Designs? Wie bist du da drauf gekommen? Oder hast du die selber gemacht? Hat die gleich ein professioneller Designer gemacht? Wie bist du da gestartet? Genau, die habe wirklich ich selber gemacht in Photoshop in schlechtester Qualität ever. Also ich habe keine Erfahrung gehabt und habe dann... Mein erstes verkaufte Shirt war einfach I, also für ich, und dann ein Herz von Polska. Also ich liebe Polen und ja, ab da habe ich gewusst, okay, wenn ich das skalieren könnte und wenn das plötzlich Leute, wenn ich gute Designer anstelle, die wirklich gute Designs machen, dann müsste ich doch noch viel mehr verkaufen können, wie wenn ich da irgendwas erstelle, das eigentlich nicht wirklich gut ist. Und das war damals die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe, weil dadurch ging ich in die Skalierung, holte mir den ersten Designer, mit dem ich zusammenarbeitete und die Qualität stieg und somit auch die Sales. Und jetzt gerade auf I Love Polska, ich weiß nicht, ob du polnische Wurzeln hast, aber wie bist du quasi auf diese erste Idee gekommen? Hast du geschaut, welche T-Shirts ranken oben, welcher Stil oder wie bist du da vorgegangen, um auf dein I Love Polska Stadt-T-Shirt-Design zu kommen? Genau, es war definitiv zu diesem Zeitpunkt ein Zufallstreffer, also ich hatte null Ahnung, wirklich, also es war einfach so, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht Länder, jeder hat irgendwie einen Bezug zu seinem Heimatland und dann habe ich irgendwie verschiedenste Länder erprobiert, eben mit Deutschland, mit Polen, mit, ja, und das hat funktioniert. Und irgendwie, also es war eher ein Lucky Punch zu diesem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nächste wichtige Frage, wie viel Designs hast du hochgeladen? Also was mein Grundlagenwissen bei MBA ist, du wirst, glaube ich, so gestaffelt freigeschalten, wenn du neu startest, kannst du noch gar nicht irgendwie tausend Designs hochladen. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie zehn Designs probiert und einer war dann I Love Polska? Also, dass die Leute auch so ein bisschen verstehen, ist dieser Lucky Punch eigentlich so ein bisschen erarbeitet auch, weil du gleich viele Designs reingemacht hast? Genau, ja. Mit wie viel bist du gestartet? Das ist der wesentliche Punkt, wie du schon sagst, Amazon hat ein Tier-System, das heißt Tier 10 bedeutet zehn Produkte hochladen und sobald sich zehn Produkte verkauft haben, wirst du abgetiert in Tier 25, dann Tier 100, Tier 500 und so weiter. Das heißt, je mehr du verkaufst, desto mehr kannst du hochladen und bei mir war es am Anfang einfach wirklich zehn Designs, die ich hochgeladen habe und da war der erste Treffer. Und der Algorithmus war, das hat sich natürlich über die Jahre jetzt verändert bei Amazon, aber damals war es so, wenn sich ein Produkt einmal verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich wieder verkauft. Das ist noch immer so, aber im Detail war es damals noch viel leichter, würde ich sagen, als jetzt. 2017 war, als du gestartet hast? Genau, ich glaube 2017 oder 2018 bin ich bei Amazon angenommen worden. Genau, das zur Annahme vielleicht auch noch kurz, aktueller Bezug, wer jetzt irgendwie hochmotiviert starten möchte. Ich habe von ein paar Leuten auch gelesen, dass es irgendwie, ah, ich wurde nicht angenommen, kann mir jemand helfen? Kannst du da oder weißt du da was, wie es in der aktuellen Situation ist, wer jetzt neu starten möchte? Kommt man da einfach rein oder schwierig? Genau, es ist nicht so einfach, dass man reinkommt. Also ich würde jedem einmal empfehlen, sich zu bewerben, weil alleine, wenn ihr diesen Account bekommt, könnt ihr den sofort, ohne dass ihr was gemacht habt. Auf Ebay verkaufen. Genau, ihr könnt ihn wirklich sofort in diversen Gruppen verkaufen, weil Amazon das einfach limitiert. Es ist so, dass es leider sehr random entschieden wird von Amazon, wer reinkommt und wer nicht. Also es gibt da schon so kleine Tricks, die immer wieder im Internet auftauchen. Aber ob da wirklich was dran ist, ich wage es zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Und dann, wie ging es bei dir weiter? Also du hast da noch Vollzeit als Lehrer gearbeitet und eben Feierabends, Wochenende mal so Designs probiert. Und dann, ich kenne das Gefühl, so das Erste wird verkauft. Das ist völlig egal, welcher Betrag. Aber das ist einfach so, oh wow. Wie hast du dann weitergemacht? Hast du dann quasi einfach selber noch weitere gemacht? Oder was waren so die nächsten Schritte, nachdem du deinen Lucky Punch hattest? Genau, also Ziel war es einfach für mich, 50 Euro Nebeneinkommen zu generieren im Monat. Also das war einfach damals, ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt und habe mir gedacht, okay, das möchte ich schaffen. Dann habe ich einfach wirklich mehr Designs hochgeladen, habe dann immer wieder versucht, den Research auch besser zu machen. Das heißt wirklich einmal zu hinterfragen, was für Zielgruppen gibt es, wie ticken die und was kaufen die. Und das hat dann funktioniert. Ich habe mehr und mehr verkauft und dann kam eben diese Skalierung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt arbeite ich dann mit einem Designer zusammen. War aber noch immer Vollzeitlehrer. Das heißt, ich habe wirklich eben nach der Arbeit dann selber designed, Research gemacht, Listings geschrieben. Da geht es auch viel wie bei der Google Optimierung, dieses SEO. Du musst wissen, was tippt deine Zielgruppe ein, um ein T-Shirt zu kaufen dann. Und ja, und das Wissen wurde dann immer größer und dadurch dann einfach die Verkäufe auch immer besser. Und du hast es nur auf Amazon Deutschland verkauft oder war das von Anfang an schon international? Das war von Anfang an hauptsächlich, also mein Hauptmarktplatz im Bereich T-Shirts und Hoodies und so weiter ist Amerika. Also da verkaufe ich ungefähr 90 Prozent von meinen ganzen Verkäufen am Tag sind in Amerika. Habe aber dann natürlich auch Deutschland dazugefasst und Amazon hat die Marktplätze dann Jahr für Jahr erweitert. Das kam dann eben Spanien auch dazu, Italien, Frankreich, Japan ist jetzt auch dabei. Das heißt, ich habe dann einfach mit einem Designer zusammengearbeitet, habe dann gemerkt, okay, das refundiert sich. Dann habe ich mit zwei Designer zusammengearbeitet und mittlerweile habe ich ein Team von jetzt neun Designer und drei virtuelle Assistenten, die jetzt diese Listings, diesen Research machen. Also ich habe mich aus dem Prozess relativ raus zurückgezogen, eben weil ich das umverlagert habe dann in dieses KDP-Projekt und wollte eben dieses MBA automatisieren zu einem passiven Einkommen irgendwie umleiten. Ja, sehr spannend. Das heißt, wie sieht es heute aus? Du hast deine bestehenden, also ich weiß nicht, ob es I Love Polska das T-Shirt noch gibt, rein aus Nostalgiegründen, aber das heißt, deine Designer und Virtual Assistant, die machen laufend neue Designs. Also du hast immer mehr Produkte online. Ist das der Prozess? Aber du machst eigentlich nicht mehr wirklich aktiv was bei dem ganzen Projekt? Genau, das ist der Prozess. Also es ist so, dass ich einfach wirklich jeden Tag, also von Montag bis Freitag, meine Designer arbeiten und jeder Designer versucht, zehn Designs oder je nach Nische einfach die Anzahl an Designs zu erstellen und die werden dann über diverse Upload-Tools automatisch hochgeladen. Das heißt, mein Step ist wirklich diese Observer-Rolle noch, wo ich am Schluss überprüfe, passt die Nische, passen die Keywords? Wenn ja, lade ich das hoch. Also das mache ich schon noch selbst, dass ich den Klick setze, schlussendlich 100 Produkte hochladen, ja, und dann passiert das automatisch. Vielleicht auch noch interessant für jeden, der damit vielleicht starten möchte, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, dass du eben auch ohne finanzielles Risiko des ganzen Startes, also du hast irgendwie keine Monthly Fee an Amazon, sondern du zahlst, wenn nichts passiert, verbrennst du auch kein Geld auf Amazon, sondern nur, wenn was verkauft wird, bekommst du einen kleineren Anteil und zahlst Gebühren an Amazon, aber sonst hast du keine Amazon-spezifischen Kosten, richtig? Ja, ganz genau. Also das ist wirklich so benutzerfreundlich gestaltet bzw. einsteigerfreundlich gemacht, weil die Kosten treten maximal für ein Design, das du erstellst auf, aber sonst gibt es keine Kosten wie bei FBA, Lagerkosten und so weiter bei Amazon. Das heißt, es gibt dann schon Kosten für Werbung, wenn du dem nächsten Level gehen willst und deine Produkte irgendwie spezieller platzieren möchtest, aber das muss man natürlich nicht machen. Bietet einen Vorteil, aber muss man nicht machen. Bevor wir zu KDP, also Büchern rüberswitchen, vielleicht noch so deine Einschätzung. Du kennst wahrscheinlich auch Aaron, Homo Ökonomicus auf Instagram, auch auf Zypern, wo ich jetzt war, ganz in der Nachbarschaft, der sich quasi ähnliche Strukturen wie du aufgebaut hatte oder hat, also mehrere Designer und Virtual Assistants und so weiter, der jetzt aber so sich, glaube ich, ein bisschen zurückgezogen hat aus dem ganzen Business. Wie ist so deine Einschätzung? Also sagst du, das ist immer noch ein gutes Business, auch die nächsten Jahre? Oder merkst du, ah, es wird ein bisschen weniger, aber es ist immer noch super? Also was ist so deine Einschätzung, auch vielleicht für neue, sollte man jetzt heute 2023 quasi damit noch starten? Ja, genau. Also die ganzen Influencer in diesem Bereich, im Print-on-Demand-Bereich, haben sich eher zurückgezogen, weil die Corona-Jahre waren extrem stark. Also mit Covid, wo da ging der Online-Handel wirklich massiv nach oben und die Sales somit auch für uns. Jetzt ist es so, dass es eher stagnierend ist, beziehungsweise sogar eher rückläufig ist bei vielen. Bei mir ist es so, bei mir macht die Masse das aus natürlich. Ich lade jeden Tag sehr viele Designs hoch und dementsprechend steigen auch meine Sales. Das muss ja fast so sein, auch wenn weniger Nachfrage ist. Ich habe einfach mehr Produkte. Ich sehe es nach wie vor noch als super Möglichkeit einzusteigen. Nur ich habe in den letzten Jahren auch Leute gecoacht in diesem Bereich. Und dieses schnelle Geld, das erreicht man hier nicht. Also so ehrlich muss man sein einfach. Es gibt dieses Tiersystem, das heißt, das alleine blockiert den Wachstum schon. und dann einfach, ja, man muss kontinuierlich hochladen, damit man dann einfach ein passives Einkommen generiert. Da aber noch vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt, was ich einfach so genial an diesem Business finde, ist, ich war jetzt acht Wochen in Mexiko reisen im Sommer und habe eben in Mexiko früher studiert und bin des Öfteren ausgeraubt worden. Und jetzt habe ich auf meinem Laptop verzichtet. Das heißt, ich habe gesagt, ich reise ohne Media. Und dann, es hat trotzdem funktioniert. Also ich habe einfach meine Ads, die Werbungen und so weiter runtergeschraubt und habe dann acht Wochen reisen können und habe mir mit dem locker meine Reise finanzieren können. Das ist natürlich für Anfänger jetzt noch nicht möglich, aber man kann eben, was ich damit sagen will, auf diesem Business-Modell schon noch aufbauen, wenn man kontinuierlich hochlädt und auch wirklich Zeit investiert. Keine Frage. Ja, super. Ja, danke für die ehrliche Einschätzung. Du bist ja auch transparent, was die Zahlen angeht, was super ist. Vielleicht, um mal so eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Wenn jetzt jemand heute startet, was kommt auf ihn zu, so aus deiner Sicht, wenn er es wirklich mit Vollgas machen möchte? Dadurch, dass er durchs Tiersystem ein bisschen gedeckelt ist, wie schnell das gehen kann. Aber was wäre so realistisch? Wann ist er bei den 50 Euro im Monat? Wann ist er über 500, über 1000? Kannst du da mal so aus deiner Erfahrung heute ein bisschen was aufzeigen, wo du denkst, das ist realistisch? Also die 50 Euro im Monat, die schafft man relativ schnell. Weil es ist so, dass man, wenn man ein bisschen etwas vom Research versteht und einfach Angebot, Nachfrage im Internet auslesen kann, beziehungsweise auf Amazon geht und diese Bestseller-Ränge und so weiter einfach analysieren kann, dann verstehe ich sehr schnell, was verkauft sich. Und das ist jetzt kein Aufruf, dann genau dieses Produkt zu nehmen und eins zu eins nachzumachen. Aber dieser Name Copycat ist im Print-on-Demand sehr bekannt, weil viele einfach dieses Nehmen und eins zu eins nachmachen. Aber eben, wenn ich erkenne, etwas funktioniert und dann irgendwie das besser mache oder meine Idee irgendwie auf dem aufbaue, dann kann ich wirklich schnell Verkäufe erzielen. Und das heißt, diese 50 Euro, die sind wahrscheinlich, also wenn ich jetzt einen Hit habe, wenn sich mein Design verkauft, kann ich das nach ein, zwei Monaten schon schaffen. Kann aber auch sein. Viele stecken dann in diesem Tier 10, also in diesem ersten Level und schaffen es einfach nicht, dass sie was verkauft bekommen. Da ist sowieso immer mein Tipp, wenn man das nötige Kleingeld hat, dass man einfach die ersten 10 Produkte sich selbst kauft, an Freunde kauft oder einfach wirklich sagt, okay, jetzt kommt Weihnachten, ich verschenke T-Shirts und dann bin ich automatisch schon im Tier 25. Und das heißt, ich habe einfach einen Hebel von zweieinhalb angewendet. Und somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich... Dass ich treffe mit dem Design. Genau, zum einen eben, weil ich den zweieinhalbfachen Hebel habe, aber auch, weil mein Design verkauft wurde und der Algorithmus erkennt, es ist wertvoll. Also das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Ja, aber eben genaue Zahlen, wie schnell man wachsen kann, das ist sehr individuell. Manche sind da sehr stark im Research, die wissen dann wirklich, auf was es ankommt. Andere tun sich da wieder ganz schwer. Und ich würde mich sowieso auch auf den englischsprachigen Markt einfach, also auf den US-Markt fokussieren, weil mir vor... Also die Kaufkraft in Deutschland ist gesunken, das ist Fakt. Also meine Sales sind da wirklich sehr zurückgegangen und in Amerika einfach steigen sie nach wie vor. Meldet man sich dann direkt bei Amazon USA Merch bei Amazon an oder ist es eine Plattform und man wählt innerhalb der Plattform? Genau, das heißt, früher war das MBA und der MBA kennen es die Leute. Jetzt ist es MOD, Merch on Demand, heißt es jetzt. MOD, okay. Die haben sich umgebrandet bei Amazon. Aber dort meldet man sich an und dann hat man den Zugang zu allen Plattformen. Falls du es teilen magst, in welchem Bereich sind deine MBA-Einnahmen heute? Wenn nicht, auch okay? Ja, ja, doch, das kann ich gern teilen. Ich bin fünfstellig, nicht ganz im mittleren fünfstelligen Bereich. Also es ist jetzt natürlich im Q4 mehr. Es gibt einfach Monate, wo es weniger wieder, wo einfach dieses sogenannte Sommerloch oder wo einfach dann wirklich die Leute Urlaub machen und jetzt vielleicht nicht T-Shirts kaufen oder Hoodies kaufen. Aber jetzt ist natürlich der beste Zeitpunkt, November, Dezember. Aber also ab Black Friday werden die Sales einfach wirklich crazy. Das ist immer die schönste Zeit für uns Unternehmer, wie eingangs schon erwähnt. Sehr spannend. Und heute machst du quasi, finde ich auch eine super Kombination, weil nachher geht es uns ja allen nicht um Geld verdienen allein. Das ist ja immer Mittel zum Zweck. Warum wollen wir Geld? Ja, um dann ein glücklicheres Leben zu haben. Okay, das heißt, es geht immer so um Lifestyle. Und du machst jetzt quasi, haben wir im Vorgespräch auch kurz gesagt, so für soziale Kontakte, Teilzeit, ein paar Stunden die Woche Lehrertum. Machst da Sportunterricht, weil es dein eigenes Workout gleich auch ist, das bezahlt wird. Genau. Nebenher FBA sehr stark. Das Ganze oder MBA. Ich habe FBA, MBA oder MOD, wie es neuerdings heißt. Ja, schön was gelernt. Und genau, wir kommen jetzt auch zu dem Switch. Ich glaube, deine Freundin macht noch mit, Book Revolution. Das ist jetzt wahrscheinlich der Bereich, den du danach in Angriff genommen hast, nämlich ein ähnliches Konzept, aber mit Büchern, Amazon KDP. Vielleicht kannst du einmal für Leute, die noch nichts so wirklich davon gehört haben, sagen, was ist Amazon KDP? Genau. Und ja, wie hast du da so reingefunden? Ja, genau. Also das war unser nächster logischer Schritt irgendwie, dass wir eben nicht nur T-Shirts machen, sondern eben KDP. Meine Freundin hat damit begonnen. Und ich habe das dann spannend gefunden, weil es vom, es gibt kein Tiersystem bei KDP. Und die Idee dahinter, ich erkläre einmal grob, was ist KDP? Man erstellt ein Buch oder lässt ein Buch erstellen, also von einem Ghostwriter schreiben oder man schreibt es selbst, wenn man Experte ist. Dann vermarktet man das auf dem Marktplatz von Amazon. Da ist auch wieder genau dieser Punkt Angebot-Nachfrage. Das heißt, anhand von dem kann man gut herausfinden, was braucht der Markt. Und wenn man dem Markt das liefert, was er braucht, dann wird das verkauft werden. Und das heißt, der Prozess ist jetzt natürlich ganz, ganz runtergebrochen. Die Idee ist einfach, zuerst Research, dann ein Buch in dieser Nische zu erstellen und dann anhand von gutem Inhalt, gutem Cover, das auf Amazon hochladen und dann mit Werbung bzw. ohne Werbung Tantiemen wieder einsammeln. Also vom System her ganz ähnlich wie MBA. Ja, KDP steht für Kindle Direct Publishing, wenn ich es richtig weiß. Genau, ist aber nicht nur Kindle, also dieses, der elektronische Bücherlesegerät, sondern, was ich auch lange nicht wusste, wer quasi eine Buchidee hat, kann da in Word was runterschreiben oder ein bisschen Formatanforderungen hochladen und nachher kann sich das die Oma als physisches Buch bestellen bei Amazon. Und Amazon übernimmt den Druck und alles, was damit zusammenhängt. Also wenn du von Amazon KDP sprichst, dann reden wir immer von einem Buch, das ich nachher als Kindle-Version bestellen kann, aber auch als physisches Buch. Genau. Also hauptsächlich ist unser Markt bzw. was wir coachen, immer im Taschenbuchbereich, weil einfach dort die größten Absätze generiert werden. Und dementsprechend, es gibt natürlich die E-Books, es gibt auch diese Hardcover-Bücher, aber der Sweet-Spot sind die Taschenbücher. Kurze Unterbrechung, gar keine Werbepause, aber lass doch gerne mal ein Like da und kommentier, wie dir das Video bis dato gefällt oder ob du eine Frage hast. Wir wollen mal gucken, ob das einen Unterschied macht gegenüber anderen Videos. Vielen Dank dafür. Aber auch interessant, also ich habe das Buch Rente mit 40 mit einem Verlag gemacht und dort haben die dann quasi eine Druckauflage von 3000 Exemplaren und dann drucken wir wieder 3000 und so weiter. Bei Amazon ist es aber so, einer kauft es und dann, ich weiß nicht, wie die es im Hintergrund machen, ob die 3000 auf ihr Risiko drucken oder ob die wirklich Print-on-Demand eins drucken und versenden. Aber es ist wirklich so, ohne Mindestmenge kann man sein Buch hochladen und einmal bestellen, theoretisch. Ja, das ist der Riesenvorteil einfach, den man über KDP hat, also dass wirklich dieses Print-on-Demand, wenn man jetzt Bücher hat, die sich wirklich stark verkaufen, die sich mehrere oder als hundertmal am Tag oder öfter verkaufen, dann werden die natürlich schon vorproduziert. Sonst würde Amazon einfach nicht nachkommen. Aber wenn dein Buch das erste Mal online gestellt wird, wird da jetzt nicht irgendwie davon ausgegangen, Florian sein Buch verkauft sich hundertmal und, sondern das ist wirklich der Algorithmus, der das dann steuert einfach im Hintergrund. Und natürlich auch der Riesenvorteil gegenüber einem Verlag ist, dass viel mehr in die eigene Tasche fließt, wie Verleger nehmen dann doch sehr gerne ein großes Stück vom Kuchen und hier kann man eben unabhängig davon veröffentlichen. Amazon nimmt sich natürlich den Teil, keine Frage, aber die bieten halt auch diesen Marktplatz und der Traffic auf Amazon ist gigantisch. Ja, das ist der Punkt. Ich muss nicht mehr für Traffic sorgen, für Besucher, sondern Amazon bietet seine Besucherschaft schon an. Heute habt ihr, also du und Freundin zusammen, seid bei einer halben Million verdienten KDP-Tantiemen. Kannst du auch da vielleicht mal so den Start beschreiben? Also das ist auch nicht über Nacht, sondern hat deine Freundin da ähnlich angefangen? So, ich probiere mal zehn Bücher oder wie war da so euer Start? Genau, nur vorweg vielleicht noch ganz wichtig. Natürlich halbe Million klingt top, ist auch super, keine Frage, nur das sind Tantiemen, die wir ausgeschüttet bekommen haben, aber es sind natürlich Werbekosten und so weiter immer davon noch abzurechnen. Das heißt, das ist kein Reingewinn, sondern das ist einfach das, was wir von Amazon ausgeschüttet bekommen haben. Es ist aber auch, es ist aber auch nicht Buchumsatz, sondern der wäre noch viel höher, sondern es ist wirklich, nachdem Amazon schon seinen Anteil genommen hat, das, was ihr bekommen habt, was ja auch schon krass ist, also ihr seid bei deutlich über einer Million an Umsatz mit Büchern. Ja, ja, definitiv. Zu dem Thema, wie wir begonnen haben, es war damals 2017, 2018 war das auch, wo meine Freundin begonnen hat, da ging es noch ganz, ganz einfach, Bücher zu veröffentlichen und diese zu verkaufen, weil einfach ganz wenig das gemacht haben. Das heißt, man brauchte kein Verlagsniveau, man konnte wirklich alles hochladen. Bestes Beweisstück ist nach wie vor online unter meinem Namen Zeitmanagement, ein Buch, das wir vor Jahren gemacht haben und einfach wirklich jetzt schlecht, also wirklich schlecht ist von der Qualität her, aber trotzdem sich verkauft hat und wirklich auch sehr viel passives Einkommen eingespielt hat und anhand von dem haben wir uns dann auch einfach immer weiterentwickelt und haben gemerkt, okay, es kommt auf diese kleinen Parameter an und wenn man die umsetzt, verkauft sich etwas noch besser und nur kurze Zwischenfrage, dein erstes Zeitmanagement-Buch, das hast du geschrieben oder hast du da auch schon irgendwie Ghostwriter engagiert? Genau, das war auch schon ein Ghostwriter. Ich habe dann auch ein Buch zum Thema Mathematik lernen von einem Ghostwriter schreiben lassen, obwohl ich selbst Mathematiklehrer bin und das heißt, diese Bücher sind online, haben auch dieses Generieren auch nach wie vor noch Einkommen, aber es ist einfach vom Level her, wie ich jetzt oder wie wir jetzt Bücher veröffentlichen und damals, es hat sich wesentlich verändert und das sind eben so viele Parameter, die man jetzt beachten muss, die früher egal waren. Wir haben zum Beispiel die Adele, wird dir sicher was sagen, die Sängerin, glaube ich, aus UK oder hat, wir haben ein Buch zum Thema Sertfood-Diät online gehabt, haben eben gemerkt, da könnte man sich positionieren und Adele hat dann irgendwie gesagt, sie hat so und so viele Kilo abgenommen mit der Sertfood-Diät und wir waren die Einzigen am Markt zu diesem Zeitpunkt, die ein Buch für diese Nische hatten und es war verrückt, wir haben reingesehen, das waren tausende Verkäufe am Tag einfach, weil diese Influencer-Wirkung zugeschlagen hat und ja, das heißt, KDP bietet im Vergleich zu MBA einfach so viele Möglichkeiten und nicht diese Regulation durch dieses Tier-System und von dem her bin ich dann irgendwie weggegangen von diesem simplen MBA-Coaching, okay, mach das T-Shirt-Design jetzt für ein schwarzes T-Shirt und ändere die Schrift, weil KDP einfach viel mehr bietet, also viel mehr Freiraum zum einen, aber auch viel komplexer ist, aber somit auch spannender, finde ich. Und jetzt für wieder Neulinge, die sagen, ja, okay, aber ich kann nicht gut schreiben und ich will auch gar nicht schreiben, aber ich würde bereit sein, mal so ein bisschen Research zu machen, was verkauft sich gut und dann, okay, da will ich ein Buch machen. Wie finde ich so einen Ghostwriter und was kostet sowas so ganz grob? Ja, wir, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man einen Ghostwriter findet. Da gibt es Textabörse, glaube ich, ist eine Seite. Also es gibt Online-Anbieter, die Ghostwriter vermitteln. Ganz wichtig, wenn, für die Zuseher, wenn ihr eine gute Nische findet, eurer Meinung nach, dann nicht einen öffentlichen Post schreiben für, ich suche einen Ghostwriter, der in diese Nische geht, weil die Konkurrenz ist überall und die würden dann sofort eure Nische nehmen und vielleicht schneller veröffentlichen wie ihr. Also das ist nur mal ein kleiner Sidestep. Aber wie gesagt, man kann eben diese Ghostwriter über diese Plattformen finden und Research, wie man den macht, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Also wir benutzen da gerne Programme wie Helium 10, vielleicht kennst du das. Ja, gehört. Genau. Da kann man schon sehr stark auslesen, wie relevant sind Keywords, wie gut sind Nischen. Also die schätzen dann auch schon die Absatzzahlen von den Büchern und anhand von diesen ganzen Parametern trifft man dann schlussendlich eine Entscheidung, ob eine Nische lukrativ sein könnte und wie man dann in diese Nische reingeht, da muss man dann ein Konzept erarbeiten, damit man eben wirklich auch Marktanteil bekommt. Ja, wie ermittelst du zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Zeitmanagement ist eben ein Ding, so dein erstes Buch und dann gucke ich da oben, verkauft sich auch ganz gut, wie umfangreich das sein soll. Orientiere ich mich dann am besten an den Bestsellern, die sind alle so um die 200 Seiten, dann mache ich auch mal so viel oder ein bisschen mehr und wie viel würde zum Beispiel so ein Standardbuch kosten, von dem Ghostwriter schreiben zu lassen? Genau. An sich ist das schon ein relativ guter Ansatz, man sieht sich die Bestseller an, die sind ja irgendwo alle zwischen eben 120 und 180 Seiten irgendwo, je nach Nische und anhand von dem entscheide ich dann auch, okay, mein Buch soll auch in etwa diese Länge bekommen, weil da wären wir wieder genau bei diesem Sweetspot, du hast eine gewisse Anzahl von Seiten und Amazon berechnet dann anhand von deinen Seiten deine Tantiemen, das heißt, genau in dieser Range ist es am besten und dann, wie war der zweite Teil der Frage? Die zweite, wenn wir jetzt annehmen, wir haben erkannt, wir müssen so um die 200 Seiten haben, was zahle ich, mit was für Kosten muss ich rechnen, wenn ich da meinen ersten Ghostwriter beauftrage? Genau, also jetzt für Zeitmanagement, da gibt es auch wieder Angebot und Nachfrage auch bei den Ghostwritern logischerweise, das heißt, wenn ich in eine Nische gehe, wo ich einen Experten brauche, wo es vielleicht nur ihn gibt, der wird mir das Buch zu einem höheren Preis schreiben, wie ein Kinderbuch, das einfach schnell jemand schreiben kann und dementsprechend ist es, wenn man die klassischen Nischen jetzt sagt, man verwendet einen Ghostwriter, der für eine, keine, wo der keine Expertise braucht, dann sind wir irgendwo bei 500, 600 Euro ungefähr für das Schreiben des Buches, kann natürlich jetzt abweichen, je nachdem, in welche Nische man geht, der nächste Step ist dann die Cover-Erstellung und die haben wir früher um 5 Dollar bei Fiverr gemacht, weil einfach keine Konkurrenz am Markt war und das super funktioniert hat. Mittlerweile ist die Cover-Erstellung ein ganz essentieller Punkt, also da haben wir eben auch ein Netzwerk, wo wir mit Cover-Designern zusammenarbeiten, die Spezialisierungen haben in den jeweiligen Nischen und da rechnen wir mindestens mit 150 Euro mittlerweile beim Buchcover. Ist aber insofern ganz wichtig, weil das ist das erste Element, das der Kunde sieht und eine Entscheidung trifft, will ich das Buch oder nicht. Ja, das Thumbnail bei YouTube-Videos, wenn das nichts ist, schaue ich mir nicht mehr an. Genau so ist es, ja. Also, das muss wirklich ein Statement sein, dieses Cover. Ja. Und wie ist da heute euer Vorgang? Also, was macht ihr da? Also, das machst du, glaube ich, aktiver als MOD. Wie ist da euer, ist es die Strategie ähnlich, dass ihr sagt, wir machen möglichst weitere Bücher, mehr Bücher oder ist es da eher die, die wir schon online haben? Ich glaube, ihr habt über 70 Bücher, steht in deinem Instagram-Profil, sind online, dass du quasi eher schaust mit Werbung auf Amazon zu optimieren, die bestehenden oder setzt ihr auch da voll auf weitere Bücher, mehr Bücher? Wie ist da so die aktuelle Strategie? Ja, wir haben die, die bereits erwähnten älteren Bücher, die einfach von der Qualität her nicht mehr stimmig sind. Das heißt, da bin ich maximal noch mit, mit ganz geringen Ad-Kosten dabei, dass ich, das muss sich auszahlen und wenn sich das nicht mehr auszahlt, wenn der Ad-Kost nicht mehr passt oder Return of Ad-Spend, dann wird das abgedreht. Das heißt, die laufen aus. Jetzt, wir hatten dann mal eine Phase, wir haben auch Learnings, durchgemacht in diesen Jahren, wo wir geglaubt haben, wir müssen jetzt möglichst viele Bücher veröffentlichen und dann, um ganz viel Geld einzunehmen und von dem sind wir aber auch wieder weggekommen. Jetzt ist einfach der Punkt, wo wir sagen, qualitativ muss es extrem stark sein und natürlich, wenn ein Buch jetzt in einer Nische ist, wo man mehr veröffentlichen kann, also Serie 1, Serie 2 und so weiter oder Auflage 1, Auflage 2, dann ist das perfekt, weil dann hat das erste Buch schon den, hat bewiesen, dass es gut ist und somit werden die Kunden das zweite Band, dritte Band auch wieder kaufen und das ist jetzt eigentlich die, die Hauptstrategie, die wir jetzt anwenden, also wirklich hohe Qualität und uns im Markt zu positionieren beziehungsweise ein Pseudonym zu erzeugen, wo die Leute dann wissen, wenn der oder diejenige ein Buch veröffentlicht, dann hat das Qualität beziehungsweise das mag ich. Ist es da ähnlich oder wie einfach ist es damit zu starten? Wird da jeder angenommen? Gibt es da auch so einen Auswahlprozess? Wie ist da deine Einschätzung? Bei KDP ist der Vorteil, es wird jeder genommen, also hier gibt es keine, hier wird keiner abgelehnt und es ist sehr einfach zu beginnen, also es ist wirklich vom, man hat zwar höhere Kosten wie bei einem T-Shirt-Design, das kostet vielleicht 5 bis 10 Dollar, das Buch kostet ein bisschen mehr, aber man hat auch einen ganz anderen Leverage, also das T-Shirt oder ganz wenige meiner T-Shirts sind in dieser Sphäre wie Bücher von uns, die einfach wirklich manche Bücher haben das Potenzial, dass die alleine fünfstellig werden und ein T-Shirt, das habe ich in den letzten Jahren erst einmal mit einem T-Shirt geschafft, dass das wirklich im höheren vierstelligen Betrag war und von dem her sehe ich bei KDP so riesige Chancen, weil wenn man da die richtigen Kniffe kann und anwendet, dann kann man das super skalieren, also da gibt es wirklich keine Grenzen und das ist beim MBA mit dem Tiersystem einfach, ist man doch eher reglementiert. Ja und KDP ist es da, habt ihr da also Zeitmanagement deutschsprachig gestartet oder ist es da ähnlich, macht ihr hauptsächlich USA oder in dem Fall nur Deutschland, wie ist es da mit den Ländern? Genau, also in puncto KDP sind wir wirklich nur im deutschsprachigen Raum, weil wir einfach dort die Expertise haben, also ich habe es immer wieder mal probiert zu positionieren im englischsprachigen Raum oder im US-Raum, da ist es ganz schwierig sich durchzusetzen und für mich ist im T-Shirt-Bereich sind das immer die kleinen Kosten, wo ich eben 5 bis 10 Dollar pro T-Shirt-Design habe, wenn ich jetzt aber ein Buch erstellen lasse um 1000 Euro und das nicht funktioniert am US-Marktplatz, dann ist es schwierig, dann macht es für mich keinen Sinn und dementsprechend sind wir einfach wirklich im deutschsprachigen Raum unterwegs und der funktioniert wirklich gut. Genau, wie ist da deine Einschätzung, ist es ähnlich wie das T-Shirt-Business, ist so ein bisschen rückläufig, aber über die Masse kann man insgesamt den Gewinn dann noch steigern, wie ist es bei KDP, hast du da einen ähnlichen Eindruck, anders? Da habe ich eher den Eindruck, also da erkenne ich keinen rückläufigen Prozess, sondern wenn, also da muss man einfach die richtigen Steps befolgen, das ist das Wichtigste, und der Markt, also wenn man die Bücher dann positioniert bekommt und wenn die Fahrtaufnehmen vom Algorithmus erkannt werden, dann probiert Amazon dich in verschiedensten Nischen zu testen, ob das Buch hier auch passt oder ob es auch hier passt und so weiter und das ist dann dieses organisch, die organische Reichweite, die für mehr Verkäufe sorgt und hier geht es einfach wirklich darum, dass man sich stark positioniert und immer oder vielleicht vorweg eine Frage, die noch kommen könnte von dir, AI, wie sieht es mit AI aus? Absolut, der erste naheliegende Gedanke. Genau und das ist jetzt glaube ich gerade eine sehr, eine Phase, wo Amazon noch keine Entscheidung getroffen hat. Du musst, wenn du das Buch veröffentlichst, angeben, ist es mit KI oder ist es ohne KI erzeugt worden, das heißt, sie selektieren, irgendwie wollen sie diese Information schon, aber es gibt noch keine Abstrafung oder Bevorzugung von dem Ganzen, das heißt, es wird sicher interessant, wir haben auch schon das eine oder andere Buch mit KI geschrieben und ist sogar zum Bestseller auch geworden, also Amazon Bestseller ist jetzt kein Spiegel Bestseller, das heißt, aber es ist natürlich super, wenn es ein Bestseller wird, das heißt, es verkauft sich gut und da ist spannend, wie wird das in der Zukunft jetzt dann von Amazon gehandhabt mit KI, wollen sie das, wollen sie das nicht, aber es bietet viele Chancen, glaube ich, wenn man allgemein, also KI sowieso, sollte sich jeder damit beschäftigen. Total und auch da wieder nicht stumpfsinnig, schreibt mir ein Buch über Zeitmanagement, sondern wie kann ich es einsetzen, für was, wo muss ich so meinen eigenen Senf dazugeben, also nochmal danke, irgendwie sehr, sehr erfrischend deine Offenheit und so authentisch, sehr, sehr cool, mit dem Erfahrungsschatz, was wäre dein Rat, jemand hat das eh schon überlegt, MOD oder KDP, wo soll er seine Energie reinstecken, was würdest du raten, was ich jetzt so rausgehört habe, wäre, wenn ich heute, ja gut, kommt auf an, mit weniger Kosten kann ich MOD machen, aber der vielversprechendere Markt eher KDP, was würdest du einem Anfänger raten, wie er statten könnte? Step 1, MBA, also MOD Account machen und einfach mal schauen, ob ihr den bekommt, wenn ihr den bekommt, dann kann man den mittlerweile nicht mehr für so teuer verkaufen, aber das heißt, ich würde so schon mal ein bisschen Cashflow aufbauen, nur durch das, dass ich mich einmal beworben habe, also das heißt, das wäre definitiv der erste Schritt, den ich machen würde und dann, wenn ich den Account nicht verkaufen möchte, dann würde ich einfach 10 Designs hochladen und schauen, ob sich das verkauft, also wirklich im T-Shirt Bereich, das benötigt auch nicht viel Zeit, das heißt, das ist schnell erledigt und parallel dazu würde ich auf jeden Fall den Fokus auf KDP setzen, weil einfach dort dieser Leverage viel schneller funktionieren kann und ja, ich würde da einfach mit dem ersten Buch beginnen, beziehungsweise mit Research beginnen und dann Step by Step einfach erkennen, wie kann ich gewisse Sachen optimieren. Ja, du hast vorhin angesprochen, irgendwie Coaching machst du und deine Freundin mit Book Revolution, zeig dir Leuten auch, wie es geht, also habt ihr ein Produkt oder etwas, wo wer sagt, hey, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, dafür will ich einen Zeitvorsprung. Genau, wir haben, wir bieten Coaching an, aber unsere Coaching-Variante ist sehr speziell, das heißt, wir coachen immer nur fünf Leute parallel und die werden dann einfach absolut individuell begleitet, das heißt, jeder Step, den die machen, da sind wir dabei und bis das Buch fertig erstellt ist und anhand von dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch sich sehr schnell amortisiert, extrem hoch und das heißt, von dem her gibt es die Möglichkeit, dass wir coachen, nur am Anfang war das so, dass wir immer für Kunden sorgen mussten, jetzt ist es zum Glück, hat sich das gewendet, jetzt ist immer ganz wichtig, ein Qualifizierungscall, wo ich einfach schaue, okay, passen wir zusammen, weil man arbeitet dann doch sehr viel mit den Menschen zusammen, weil diese ganzen Prozesse begleitet man und jetzt ist unser nächster Schritt, da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren, das ist vielleicht ein Spoiler, wir haben einen Kurs im Coaching und eventuell werden wir den zu Neujahr, wenn wir das noch schaffen, launchen, einfach wo wirklich jeder Prozess mit Video, das sind über 30 Stunden Videomaterial, wo wirklich alles begleitet wird, aber da gibt es eben leider noch kein konkretes Datum, weil wir einfach gerade noch am spezifischen Aufnehmen auch sind. Ich habe da auch noch eine andere Idee, da kann ich aber noch fast nichts spoilern, wo ich dich vielleicht auch für gewinnen kann, da reden wir nochmal separat, ich werde auf jeden Fall die ganzen Infos in die Beschreibung packen, Roland, dir super vielen Dank, ich fand es sehr, sehr cool und wenn ich es cool finde, dann finden die Leute meistens auch interessant und löchert ihn gerne mit Fragen in den Kommentaren, ich glaube, du schaust auch gerne mal in den Kommentaren vorbei und gerne, Fragen sind, genau, also schreibt eure Fragen und ja, danke für deine Zeit, Roland, ich freue mich, danke Florian, war echt cool, super gerne, wie fandest du das Gespräch mit Roland, lass es uns gerne wissen in den Kommentaren oder falls du eine Frage hast und ich verlinke dir hier jetzt noch ein weiteres ähnliches Video und zwar, wie er mit einem gesichtslosen YouTube-Kanal Geld verdient, ebenfalls spannendes Projekt und wir sehen uns im nächsten Video bis zum nächsten Video. Vielen Dank.